Ich muss was zum Reparieren mitnehmen, so wird es nächst, ne. Ne. Okay, eins fährt mal da hin. Bin ich blöd. Halbketten. Äh, Reparaturarm. Genau. So ein brauche ich, nehme ich jetzt. Genau. Ihr versammelt euch da, und ihr fahrt mal hin, da zur Reparaturplattform, und ihr fahrt da rüber. Komm, erfahr schneller. Superbeton MK2, komm, komm, komm. Nein, MK3 war das ja sogar schon. So richtig Hightech. Abgeschlossen. Okay, du fahrt gleich mal da rein. Hältst dich gar nicht erst lang da mit denen auf. Na komm, lasst euch fertig reparieren. So, ihr fahrt alle da rein jetzt. Komm schon, du passt da eh nicht rein. Nein, da rein. Und, ach, komm. Ich sag gar nichts. Nein, ich werd mich jetzt nicht wieder in die Wegfindung... Ja, bleibt einfach stehen. Der Chef ist nicht mehr da, jetzt könnt ihr einfach stehen bleiben. Grundlagenforschung abgeschlafen. Mach wegen Urlaub, oder? Gebäudeforschung abgeschlafen. Oh, Brian, da mit dir... So, noch einer. Hä? Soll da nicht noch einer sein? Wär ihn. Und, tschüss. Vielleicht funktioniert es so. Ach, da... Der hat sie versteckt. So ein Mistkerl. Orange gibt ihnen Radartaten. Wo hab ich denn hier bitte Radartaten? Radartaten. So, ihr gehört jetzt mal alle da dazu. Da dazu. So. Nein, verdammt. Jetzt aber. Oh, verdammte Mücken da. Das... Sie da haben wir. Fangen. Okay, jetzt ganz ruhig. Ganz ruhig vorgehen. Vorsichtig. Langsam. Wie weit die schießen können, ist inzwischen echt schon heftig. Na komm, macht ne platt. Macht ne platt. Na endlich. Okay, zurückziehen. Ja, dann bleibt halt stehen. Dumme Arschlöcher. Dumme. Wo willst du denn hin? Wo willst... Oh, du... Dummer Mistkerl. Das... Das habt ihr euch ja schön ausgedacht. Los, vernichtet die Dinger. Mensch, das sind doch bloß so paar Menschen in so... so Anzügen. Verdammt, ich hab Raketen. Ich soll es in die Luft sprengen können. Soll es in tausend Fetzen reißen und das Blut durch die Gegend fliegen. Oh nein. Das geht ja nicht. Das wär ja unfair. Ja, ich mach's mal ein paar Gebäude in die Luft. Vielleicht gibt's ja... Oh, ich seh'n Bunker. Ich hätte Alarie mitnehmen sollen. Hab ich nicht. Ach so eine Scheiße. Nummer 2, meldet. Nummer 1, meldet. Nummer 1, meldet. Ja, erst bei wegen hier... Das Abreißen. Stadtverschönern. Wir verschönern auch ihre Stadt. Nummer 1, meldet. Nummer 1, meldet. Vielleicht gibt's ja Erfahrung, wer weiß. Was ist da? Panzer. Nummer 1, meldet. Nummer 1, meldet. Wie pearl. Nicht soرا, glaube ich. Ihr hasst mich. Was hab ich euch getan, dass ihr mich so sehr hasst. Fahr noch ein wenig näher ran. Fahren, ja, der Cyborg fährt. Er hat Drähte an den Füßen, Rollschuhe angezogen, ja. Deswegen fährt er auch. Ich bin so genial. Wenn ich jetzt diesen schönen Turm noch kaputt mache, dann wäre ich glücklich. Auch wenn der Turm nicht wirklich gefährlich ist, irgendwie will ich den loswerden. Ich hoffe, ich komme da jetzt nicht ganz viele Einheiten gleich angerannt. Das wäre echt unangenehm. Ja, immer noch ein paar Gebäude in die Luft. Ihr habt schon recht. Ach, ihr macht das ganz gut, ja. Boah. Fahr mal los, reparier irgendwas. Mitten ins Fahndesland. Fahr wieder weg. Was? Ich hab mich getäuscht. Ich brauch dich doch nicht. Was? Ich dachte, er ist kaputt jetzt. Hm. Ich sehe da Einheiten stehen. Da möchte jemand nicht zu nah ran fahren. Wo ist zwei? Wo ist zwei? Zwei fährt ihm hinterher. Geil. Ach, hier haben wir den Bunga auch gleich in die Luft kommen. Was soll's? Das ist eh nur Holz. Na ja, sieht nicht aus wie Holz. Hat eine Beschichtung gehalten. Lackiert. Was war das denn jetzt? Hat es eben gewackelt oder was? Erdbeben. Forschung abgeschlossen. Äh, Forschung? Welche? Welche? Hä? Achso, das war, glaub ich, Superbeton, oder? War das Superbeton? Ich hab keine Ahnung. Ich hab's keine Ahnung. Können aber Reparatureinheiten befördert werden? Nein. Gut, wir auch, ne? Vielleicht wenn ich diesem Commander zu weise. Aber dann eins wieder ganz weit vorne rum. Forschung abgeschlossen. Oh, oh, oh. Oh, noch mehr Gebäudematerial. Kein Video. Brauchen wir nicht. Aber wo Videos? Diesmal hat er die Soundeinstellung gespeichert. Warum auch immer, er hat's diesmal gespeichert. Los, jetzt reparieren. Schießt man doch das Gebäude in die Luft? Ja, schießt in die Luft. Ich spreng keine Gebäude, ich schieße in die Luft. Ja, genau. Ich erzähl aber überhaupt keine Ahnung. Los, reparieren. Schnell. Komm. Läuft doch ganz gut. Na ja, vielleicht. Keine Ahnung. Oh nein. Geil. Lancer. Lancer sind eklig. Ganz eklige Dinge. Ah. Gesperrt ist überhaupt. Hau doch nicht Zeit bis zum Connect. Oh, reparieren. Oh mein, guck mal an, das ist nochmal befördert worden. Oh, geil. Das heißt also, die Einheiten, die dem zugewiesen sind, bekommen automatisch ebenfalls seinen Rang zugewiesen. Zumindest hat er es Kevin so erzählt. Ich glaub's einfach mal. Ja, komm. Bist du zweitmal fertig? Nein. Oh, ich brauch irgendwas, dass es schneller geht. Das ist doch so nicht schön. Die Karte ist nicht groß, aber sie ist... Sieht gut bewacht aus. Gruppe 2, meldet. Gruppe 1, meldet. Und der repariert so unglaublich langsam. Äh, egal. Wir speichern und dann geht's weiter. Gruppe 1, meldet. Gruppe 1, meldet. Aber die Einheiten sind ja jetzt richtig gut schon. Oh, die Reichweite. Ist einfach unbeschreiblich. Pff... Was wollt ihr denn mit eurem lächerlichen Buche? Gruppe 2, meldet. Oh, bleib halt mal stehen! Gruppe 2, meldet. Gruppe 1, meldet. Oh, jetzt soll er wegfahren! Nein! Ich brauch doch die Einheit noch. Ihr sollt da weg. Nein, was läuft jetzt wieder da rauf, du Idiot. Daher. Nein, wo läuft's? Wo läuft's jetzt wieder ganz da runter, ne? Ja. Ich hab nur noch 20 Minuten. Okay, da hört die Map schon auf, ne? Also muss ich mich da durchquälen und dann bin ich ja gleich schon da oben. Wo wollt ihr denn hin? Wo willst du hin? Sag mal. Hallo, fahr da rauf. Bleibt halt mal stehen. Mensch. Oh, ich schlag den, der das gemacht hat, so tot. Ich schlag ihn einfach nur tot. Und wenn er fragt, warum schlag ich ihn noch mal tot? Was ist das? Unterstützungsfeuer zuweisen. Aha. Was haben wir noch so? Position halten. Verfolgen. Position bewachen. Nein, repariere den da. Komm. Was ist das da überhaupt für Zeichen? Wer ist denn größer und ich näher rangehe? Nein. Was ist denn das? Was soll das sein? 300 Euro? Könnte ein Euro-Zeichen sein am Schluss, ne? Das ist am Anfang eine 3. 300 Euro. Kriegst 300 Euro, wenn ihr mich zuweist. Und. Das ist eine verdammt große Tasche, die der in der Hand hat. Und warum ist das so rot? Sieht irgendwie aus wie so eine Power Rangers Actionfigur, so. Oh, von diesen, oh, wie hießen die? Äh, Swords? Keine Ahnung. Sieht echt aus wie so eine kleine Actionfigur. Cool. Schade, dass sie nicht groß ist. Guckt mich an. Ich bin so groß. Mein Raketenwerfer ist größer als ein Haus. Yeah. Damit schieße ich jetzt euch ins Gesicht. Oh, die Raketen in die Fresse, wo ist? So. Jetzt weise ich euch aus irgendeinem Grund nochmal zwei zu. Langeweile. Ich werde wieder grün. Werd doch grün. Ist das ein Lancer-Turm? Nein, das sind nur im Gieß. Oh, geil. Die haben keine Waffen gegen mich. Die sind so verloren. Na, ha, ha, ha. Größen wahnsinnig wert. Ja. Ich hoffe, davon gibt es irgendwann mal eine Verbesserung von der Reparatur. Sonst führe ich es ja irgendwann völlig sinnlos.